Hi, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video darüber, über die Richtigstellung von einem Doomsday heißt. Und zwar sieht man hier das Jetpack und die Rakete und hier auch noch die Ionkanone. Und zwar sind das alles Gegenstände vom Doomsday heißt, wenn man den Doomsday heißt, beendet hat. Und nicht so wie manch einer auf YouTube gesagt hat, die Ionkanone bekommt ihr, wenn ihr in der Online-Lobby mit der Ionkanone auch geschossen habt. Das stimmt nicht. Hört nicht drauf. Fallt nicht drauf rein. Gibt keine halbe Millionen oder 750.000 Dollar aus. Also wenn ihr nicht die halbe Million oder jetzt die 750.000 ausgeben wollt, dann macht es auch nicht. Die Ionkanone als Modell habt ihr so oder so. Aber ich habe auch einmal mit der Ionkanone geschossen und es sah cool aus. Und ja, das U-Boot und die Unterwassermine, so wie das, sind alles Gegenstände von dem Doomsday heißt, wenn ihr das beendet habt. Und das war es jetzt auch von mir. Oh, okay.